Traum wird wahr. Die besten Flickstars kommen. Disney Time bei Kabel 1. Oh, 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 was für eine Großartige. Sollt sich gut an. Wieso fällt dir sowas nicht ein? Freut euch auf die schärfsten Tricks, die verrücktesten Abenteuer und die abgedrehtesten Helden. Der Riesenspaß für die ganze Familie. Also, aufwarten wir. Disney Time, ab dem 2. Mannheimfeiertag, immer Sonntagvormittags bei Kabel 1. Muss man es an Stromanschließt, hat was ein Travesti zu tun. Kann man da unten rumhängen lassen. Sie wissen nichts, lieber Heim, aber Sie sagen alles. Unsere neuen Ratefüchse bei, was will ich? Werden wir hinterher klüger. Die Marie fertig. Freuen Sie sich auf Ihren Lieblings. Willkommen, bejubeln. Das sind wir noch nicht. Können Sie den Moderator verschwinden lassen. Und diese konkrete Verstärkung. Machen Sie mir etwas Göttliches. Das war ein Worte, das gibt es ja. Was bin ich? Die neuen Folgen. Morgen um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Es gibt zwei Grundregeln, die sind voll gut. Nicht die Licht aus der Erde. Sie sind so niedlich. Nicht die Wasserwürden bringen. Und das geht niemals, niemals nach Lüterbach. Doch weh, werden Sie losgelassen. Was ist hier eigentlich los? Gremlins, kleine Monster. Am Sonntag um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Du führst einen aussichtslosen Kampf, kindliche Kaiserin. Bald wird ein alberner weißer Turm genauso dunkel wie mein Schloss sein. Und nach. Und jetzt beim Geist. Und dann gehen Sie zurück. інchel. Vielen Dank.